Bin die vielleicht hoch? Nee, vor uns, vor uns, vor uns Noodgoblin, oh mein Gott Oh, ich bin gut fest Oh, das ist ein Default, gerannt, gerannt, gerannt Das ist ein Default, lass die Tür nicht zumachen Das andere ist ein Priest Ich geh auf den Priest zuerst Erst dann, ich muss raus einmal, heilen Geh raus, geh raus Komm zu dir hoch, aufpassen Dann hoch hier Ist er weg Oh, neu spielen Das ist der Pirate Der Pirate nicht vielleicht Der Pirate tut Was macht hier? Der hat einfach richtig schwer da gefressen, der Dude Das ist aber auch nix Da ist aber auch nix War noch zwei Teams, oder? Das haben wir gesehen haben Noch zwei oder drei Ihr Team 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 Warum die Suits? Naja, die sind gerade am fighten Ich bin streng gebraucht Der hat auch geladen, Fireman, pass auf Er hat ihn verkackt Er hat ihn verkackt Der ist lit, der ist lit Der ist lit, der Bruder Ja, ja Der wird drücken mit dem Netz Getroffen, grab in 10 Wir laufen weiter Wir laufen weiter Grab in 10 Hier Der verkackt auf den Decay Der hat den Griff verkackt Er hat sein Glück bekommen Ist nicht gut Was? Pass auf Der Decay ist auf Nee, der kommt zu der Decay Ich muss mich kassieren Kommt Hinter der Decay, hinter der Decay Der hat den Spitz eingemommen Die Pairn die Ah, schade 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 Nice Oh mein Gott Einer muss von den Rest Schreiner haben Ich hab Ich hab War die Tür vorne offen? Könnte ich nicht Weiß ich nicht Ich glaub hier läuft, hast uns recht Ja Ich hab mich getrapt Wir müssen resetten, glaub ich besser auf Ich hab die Schrein bekommen Come nach Komm nicht raus Let's reset Alter, guck mal wie knapp das war Puh Der geht auch, reset, got that grab ready Jetzt glaub ich Pass auf, lass mich völlig vor Ich geh links rum, recht hoch, hier schreien, versuch ich zu kommen. Wer hat rappt? Jetzt noch heavy, jetzt. Ja, du, du hättest was machen, du musst dich abwehren. What? Ja, der hatte Angst, weil ich um den so rumgezickelt bin. Ja, du auch noch dazu. Ist schon gut gewesen. Ja. Oh fuck, was ist das? Was ist das hier? Ja. Dann und Seite am Port. 311. Der ist lit. Der ist tot. Versage, versage, versage. Muss mal eben runter, irgendwoher. Du musst bitte auch safe spielen. Revanche. Wie hast du hier geschrieben für dich? Meinst du, es warnt? Fucking Revanche. Wenn ich mach auf. Dein Feuer? Ja, ne. Was wär's meins? Ah, die spielen da auf ekelste. Ja, ey. Jetzt wird er kommen. Ich hab mein Dingens da kackt im Glück. Ist das dumm. Spielen die halt jetzt ewig so, ne? Die laufen da weiter. 19 Crossbow. Die werden Eilgond gegangen sein, ne? Oder? Naja, Eilgond, aber die gehen hinten lang. Das können da sein. Die kommen gleich wieder hoch hinter uns. Das ist ein Quatsch, Alter. Ja. Aber actually schon witzig, wie die spielen. Keine Ahnung. Irgendwie ein bisschen appreciate ich das auch. Ja, die sind, die sind Eilgond gegangen. Die werden dann da oben geraten. Raw, ob wir das pushen wollen, gegen den. Das hat es Rogue und... Und Troide. Und Troide, ja. Oh, Pyro. Die kämpfen. Wir sollten jetzt rein. Wo sind die? Hier. Ist nix gut für dich. Da oben wollen Pyro noch aufpassen. Wir sind immer noch ein Hygond für den. Der muss aufladen. Der Pyro bei uns. Wir müssen weg. Wir sterben hier. Da sterben wir uns gleich. Speed shine. Los, die Gates. Einer ist tot, aber es sind nochmal zwei. Aber der Pyro hat gleich keine Zaun mehr und wir haben Zaun. Und wir haben probably Zaun. Hier oben sind welche auch bei uns. Oh, ich mach nicht mehr im Heal. Ich bin safe. Oh, ich hab'n Restschein. Oh, ich hab'n Restschein. Der ist anders hier. Kannst du safe spielen? Wir können ihn kiten erstmal. Der kommt dann nicht weg. Der ist safe. Ich hab'n Restschein.